ACM ist die richtige Lösung für die Herausforderungen, die die Humanität in der Mobilität hat. Wir können nicht warten, dass fast Chargers in unseren Wohnungen kommen können. Es sind aber nicht die Elektroautos, die den Engpass darstellen, sondern die Versorgung der Elektroautos mit Energie. Dazu braucht man eine intelligente Vernetzung. Und das ist genau das, was wir mit ACM entwickelt haben. Was wir interessant haben, ist die Idee von Batterien verwandeln. Und das, dass man die Batterien verwandelt, ohne sie zu schaden, damit man keine Zeit verliert. Das Spannende an ACM ist, dass das wirklich ein systemischer Ansatz ist. Es geht nicht nur ums Auto oder es geht ums Carsharing, sondern es geht wirklich darum, Themen wie Energie, Themen wie Vernetzung von Mobilität in Städten zusammenzuführen und wirklich in einem vollständig, ganzheitlich gedachten Konzept umzusetzen. Mit dem Multi-Mode möchten wir eigentlich die unterschiedliche Nutzung des Fahrzeuges über den Tag hinweg optimieren. Unser E-Taxi ist sozusagen vorne ein normales Auto und hinten fast wie ein kleiner Lkw. Und so möchten wir diese Nutzbarkeit sowohl für den Personentransport als auch für Güter sicherstellen. Das Mobilitätskonzept finde ich für mich persönlich super, weil ich in der Stadt lebe. Ich brauche wirklich eigentlich kein Auto im Besitz. Aber gerade so zum Transportieren habe ich immer mal wieder das Problem. Und da war ich jetzt wirklich begeistert, wie viel reingeht. Gerade bei Elektrofahrzeugen ist es ja ein enormer Vorteil, wenn man keine schweren Autos herstellt, sondern leichte Fahrzeuge, die auch für die Stadt vollkommen ausreichend sind. Leichtes Auto heißt wenig Batterie, also wenig von einer sehr teuren Zutat und damit auch geringere Kosten. Am Ende mit dem Ziel, gar keinen CO2-Ausstoß mehr zu haben und einfach sauberere Städte zu haben zu einem sehr, sehr komfortablen Preis auch für denjenigen, der dann mit den Autos fährt und der, der sie betreibt. Die Stadt rund um die Welt sind immer mehr und mehr städte, und die Traffik ist an ein Standstill und die Pollution ist an hazardous levels. Die Welt braucht ein praktisches Auto, adaptable zu realen Menschen, realen Problemen, und helfen mit den environmentalen Problemen. Ich muss mich auch nicht überlegen, dass die Menschen mit den Unternehmen verbunden sein können, wie viel reingehlt das Problem ist und die Leute auf protege nachvollziehen.